Was ist ein Reverb? Mit einem Reverb können Räume simuliert werden. Dadurch kann die Aufnahme so wirken, als wäre sie zum Beispiel in einer Kathedrale aufgenommen worden, einem Theater, einem Wohnzimmer, einer Disco, Dusche, in einem Raum neben dir, in einer Fantasiewelt und so weiter. Auch bei diesem Effekt hast du unendlich viele Möglichkeiten. Deine Aufnahme lässt sich dadurch leicht oder stark verändern.